Ist Bibis Beauty Palace am Ende? Das Thumbnail ihres neuen Videos lässt erahnen, dass es ihr aktuell gar nicht gut geht. Sie liegt auf dem Foto fertig im Bett und sieht ganz krank aus. Doch Bibi hatte nur zu viel gefeiert. Trotzdem setzt sie sich ein paar Stunden später vor die Kamera und dreht ihr neues Video. Doch so richtig Bock hat sie nicht. Und auch Julienkos neues Video wirkt so, als hätte das Duo keine Ideen gehabt. Sollen sich Bibi und Julian einfach mal eine Pause gönnen, anstatt unter Zwang irgendwelche öden Clips hochzuladen? Viele Fans vermissen ihre alten 10-Arten-Videos oder Do-It-Yourselfs von Bibi. Nur noch selten macht sie heute solche aufwändigen Videos. Wir finden, Bibi sollte sich ruhig mal eine Pause gönnen und dann wieder mit voller Kraft starten. Gewusst? Bald kommen zwei neue Produkte von Bilou auf den Markt. Es ist kein Duschschaum, kein Bodyspray und kein Cremeschaum. Was es ist, wie es riecht und wann es rauskommt, erfährst du im Link in der Infobox. Du willst mehr News zu Bibi und Co? Dann werde zusätzlich Fan von unserem kostenlosen WhatsApp-Service. Den Link findest du in der Infobox.